Ich hatte das angekündigt, dass ich heute über die Taufe etwas sagen möchte, beziehungsweise über diese Formel, die wir entweder akustisch hören oder zumindest wissen, dass Jesus, die er uns überliefert hat, dass alle, die an ihn glauben, getauft werden, dass sie getauft werden in den Namen oder im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist etwas natürlich, was wir in unseren Breitengraden so oft hören. Der Gottesdienst wird manchmal damit geöffnet oder eröffnet in einigen Kirchen, Gebete werden abgeschlossen mit dieser Formel, mit dieser Aneinanderreihung der Dreieinigkeit. Menschen werden gesegnet in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es wird getauft im Namen des Dreieinigen Gottes. Und wir können das einfach so romantisch abspeichern. Es gehört dazu. Wenn es fehlt, fehlt was. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich starte mal mit einer Illustration. Gestern war ich auf einer Hochzeit von Rahel Hoff und Jan Stolz. Die haben in Hamburg geheiratet. Und nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu. Jemand, die Filme macht und für ein NDR wohl einige Filme dreht. Und ich hatte in der Predigt kurz erwähnt, wie ihr wisst, immer über meine Kindheit in Indien und dass es arrangierte Ehen gibt. Und das habt ihr ja schon zu Genüge gehört. Und ich erwähnte ganz kurz das Jubiläum von dem Kinderheim, das meine Eltern gestartet haben vor 50 Jahren. Das war so ein Nebensatz. Und diese Frau kam auf mich zu und stellte sich vor. Und wie man sich vorstellt, ist halt, ich bin Journalistin. Ja, ich bin Pastor. Ja, das wusste sie ja schon. Und ich dachte darüber nach, dass wenn wir uns begegnen, auch in unserer Kultur, man nennt vielleicht seinen Namen. Hallo, ich bin oder wer sind Sie? Wie heißen Sie? Dann kommt der Name und dann kommt als nächstes sehr oft, was machen Sie? Ja, was ist Ihr Beruf? Und wenn einer fragt, ja, wer sind Sie? Ja, ich bin Pastor. Wer sind Sie? Ja, ich bin was auch immer. Und wie oft wir unser Sein oder wer wir sind verknüpfen mit dem, was wir tun. Ja, ich bin Klempner, ich bin Sanitäterin, ich bin Einzelhandelskauffrau, ich bin Anwalt, ich bin Landschaftsgärtner, ich bin Kassiererin. Aber wenn einer einfach mal auf dich zukommen würde, im Zug sitzt oder im Flugzeug oder auf der Straße und einfach fragt, wer sind sie, wer sind sie, wer sind sie, was würdest du sagen, wer bist du? Ja, ja, der Name könnte man sagen, aber der Name ist der Name, aber wer bist du? Was ich mache, was ich mache, ist sehr klar und sehr schnell und wie ich bezeichnet werde mit einem Namen. Wie oft definieren wir uns über das, was wir tun? Sehr oft ist es so, dass wir entdecken, dass bevor das Verhalten kommt, eigentlich das Sein vorausgesetzt wird. Jedes Mal, ich steige jetzt einfach mal in die Bibel rein, jedes Mal, wenn der Apostel Paulus, der mehrere Gemeinden gegründet hat und diese Gemeinden später in Schieflage gekommen waren und er sie korrigieren wollte, hat er nicht lediglich die spezifischen Verfehlungen angesprochen, sondern es ist interessant, dass er immer damit beginnt, sie zu erinnern, wer Gott ist, was Gott in Christus für sie getan hat und wer sie sind im Lichte dieser beiden Tatsachen, der Römer fängt so an, der Epheser fängt so an, der Kolosser fängt so an, immer wieder, der Korinther fängt sogar so an, dass da eine Passage ist, dass er erinnert, wer Gott ist und was Christus für diese Gemeinde getan hat und dass sie sich daran erinnern sollen und er erinnert sie daran, der Glaube an die Wahrheit des Evangeliums, an die Erkenntnis über die neue Identität, die sie haben und dass diese neue Identität, diese Tatsachen, wer Gott ist und wer sie sind, sie eigentlich dazu hinführen sollte, wie sie handeln und wie sie sich verhalten sollen. Das heißt, Verhalten sollte entstehen aus dem Wissen, wer ich bin. Die Psychologen unter uns, und das ist ja etwas, was man so an einem Nachmittag wie heute beim langen Spaziergang mal nachdenken würde, zu sagen, warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Warum verhält sich der andere, wie er sich verhält? Hat irgendjemand ihnen das beigebracht? Irgendjemand diktiert, so und so solltest du dich verhalten? Wenn man tief hineinschaut, Verhalten entsteht von dem, wer und was man im Inneren ist. Was dich tief im Inneren ausmacht. Wenn du eine verbitterte Person bist, wird dein Verhalten entsprechend aussehen. Du wirst nicht Menschen Blumen verschenken. Jeden loben, der dir über den Weg kommt. Und dass du nur das Positive in dem Leben von dem anderen Menschen, das ist nicht möglich. Weil in dir ist Verbitterung. Wenn in dir Enttäuschung lebt und das dich ausmacht, guck das aus allen Poren heraus. Du siehst alles durch diese Brille der Enttäuschung. Und jetzt könnte ich weitergehen. Das, was du bist, das, was dich ausmacht im Inneren, führt zu deinem Verhalten. Und wie du dich verstehst, wer du bist. Wenn du dich als Versager verstehst, entsprechend wirst du dich verhalten. Wenn du dich als die schönste Person dieses Universums empfindest. Die Realität ist sowas anderes, aber empfindest. Wirst du entsprechend, vielleicht hochnäsig, durch die Gegend laufen. Und alle anderen sollen wissen, dass sie nicht so schön aussehen wie du. Weil du einfach diese Überzeugung in dir trägst. Paulus wusste, dass all unser Verhalten das Ergebnis von dem ist, was wir darüber glauben, wer Gott ist. Was Gott getan hat und wer wir sind. Wir tun, was wir tun, aufgrund von dem, wer wir sind. Du tust, was du bist. Sein geht dem Tun voraus. Gott ist und dann tut er. Und er tut, was er ist. Und wer er ist. Die Bibel sagt, Gott ist Licht. Deswegen ist er transparent. Hat keinen Haken hintendran. Ist transparent. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und alles, was er tut, geschieht aus Liebe. Gott ist gut. Und alle guten Gaben stammen von ihm. Das könnte ich weitergehen. Sein Verhalten ist einfach eine Widerspiegelung von dem, wer er ist und was er ist. Im Garten Eden sehen wir das sehr, sehr gut illustriert. Ganz am Anfang hat Gott diese Welt geschaffen. Und die Abfolge ist so. Gott ist Schöpfer. Also wer er ist. Er hat geschaffen. Das ist das, was er tat. Und wir sind Ebenbilder von nicht sich, sondern von ihm. Das sind, wer wir sind. Und wir sind wiederum gerufen, zu gestalten in seinem Sinne auf dieser Erde. So schuf Gott Mann und Frau. In seinem Ebenbild schuf er sie. Und er gab ihnen die Herrschaft über diese Erde und sagt, geht, multipliziert euch und herrscht über diese Erde. Gestaltet mit mir als Co-Schöpfer auf dieser Erde. Gott ist Schöpfer. Er tut. Wir sind aufgrund von dem, was er in uns geschaffen hat und wir tun. Sein geht also dem Verhalten voran und Identität vor dem Tun. Das hört sich jetzt ein bisschen so soziologisch, psychologisch, philosophisch an. Es ist interessant zu beobachten, dass in diesem wunderschönen Beginn des Lebens und unseres Universums Misstrauen hineingekommen ist in unser Herz. Ich will die Geschichte nicht ausführen, aber was dieses Misstrauen bewirkt hat, hat alles auf den Kopf gestellt. Offenheit und Transparenz führte zu einem Versteckspiel und Scham. Nähe und Vertrautheit zwischen Gott und Mensch und unter den Menschen führte zu Distanz und zu Masken, zu einer Bedeckung von dem, wer man ist. Liebe und Fürsorge führte zu Eifersucht, zu Neid und zu Aggression. Und Selbstlosigkeit und Gemeinschaft führte zu Egoismus und Isolation. Wer sie am Anfang waren, weil Gott sie geschaffen hat, ihre Identität war Transparenz, Liebe, Vertrautheit. Und so lebten sie, bis etwas anderes reinkam, dieses Misstrauen. Und das führte wiederum zu einem zerstörten Verständnis ihrer Identität. Da zerbrach etwas im Inneren und entsprechend entstanden diese anderen Verhaltensweisen. Und das ist mittlerweile zu unserer Identität geworden. Der Mensch hat diese Identität, weil er infiziert worden ist mit diesem Virus. Und der Apostel Paulus beschreibt tatsächlich dieses Spannungsfeld in Römer Kapitel 7, Vers 18 bis 25. Vers 18 bis 25. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz, diese Identität kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz oder die Identität der Sünde, die mein Handeln bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich jeweils aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Der erste Adam, so nennt Paulus das theologisch. Der erste Adam, Adam, so hieß er, der hat es echt vermasselt. Aber das Schöne ist, dass Jesus, den Paulus, den zweiten Adam nennt, er hat es wiederhergestellt und die Absichten wiederhergestellt. Im ersten Adam verloren wir unsere Identität. Im zweiten Adam, in Jesus, wird sie uns wieder geschenkt. Und die Bibel lehrt uns das, ich weiß, das ist jetzt ziemlich heavy für die Gäste heute Morgen. Die Bibel lehrt uns, dass der Mensch von innen eine Neugeburt erfahren kann. Und dass Gott, der ursprünglich das Leben hineingehaucht hat, wieder neues Leben hineinhauchen kann und das, was zerstört ist, wiederherstellen kann. Dass die Macht von dieser alten Identität verändert wird. Nein, sie wird nicht nur verändert, sondern sie wird umgewandelt in eine neue Identität. Ich bin Deutscher. Ich muss immer ein Visum haben, wenn ich zum Beispiel in die USA reise. Das ist immer kompliziert. Manchmal. Wenn ich aber jetzt, und ich darf bestimmte Dinge da nicht tun. Ich darf nicht arbeiten, ich darf nicht länger da wohnen. Ich darf wahrscheinlich auch nichts kaufen da. Also jetzt, Grundstück vielleicht. Brauchst irgendwie Papiere und so. Aber wenn sie mir eine neue Identität schaffen würden, den amerikanischen Pass oder die amerikanische Staatsangehörigkeit, plötzlich kann ich mich anders verhalten, weil ich eine neue Identität bekommen habe. Und Jesus hat uns, in Jesus hat Gott uns eine neue Identität geschenkt. Durch die Wiedergeburt. Und in Römer Kapitel 6 lesen wir, dass das weist jetzt auf die Taufe hin. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Der alte Mensch, die alte Mensch, die alte Identität, die alte Verhaltensweise, die alte Denkweise ist gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und die Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, Neues Verhalten entsteht nicht aus Anstrengung, etwas Neues zu sein. In dem Beispiel der Staatsangehörigkeit, wenn ich in die USA dann gehe, kann ich einreisen, ohne Angst, dass ich zurückgeschickt werde, dass irgendein Computer mich da raussucht, sondern ich darf da rein und ich darf einen Job nehmen, ich darf dort arbeiten, ich darf lange dort leben, mein Verhalten entsteht aus meinem Verständnis von meiner Identität. Wenn ich aber immer noch denken würde, oh, ich bin Deutscher, oh, ich darf hier gar nicht arbeiten und ich strenge mich an, vielleicht nett zu sein, dass sie mich reinlassen und ich vergesse, dass ich die Identität habe, dort zu leben und mich frei entfalten kann, dann kann ich mich anstrengen, aber ich muss doch verstehen, wer ich bin. In Jesus Christus ist etwas ganz Neues entstanden hier und die Identität ist, dass der alte Mensch gestorben ist und Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, so haltet euch nun täglich für gestorben. Das heißt, der alte Olaf, obwohl er ein netter Mensch ist, der alte Olaf, der neidisch ist und vielleicht eifersüchtig ist und aufbrausend ist und hinterm Rücken redet und manches andere tut, in Christus, wenn er verstanden hat, dass er in Christus eine neue Person ist, eine neue Identität ist, hält sich für gestorben. Eine Leiche, eine gestorbene Person kann nicht neidisch werden, auch wenn ich ihn versuchen würde, da neidisch zu werden, weil ich schöner aussehe als vielleicht er oder so. Oder dass ich ihn verführen könnte, irgendwas zu tun, was er früher immer gerne getan hat, über Leute zu lästern. Er lästert nicht, weil er gestorben ist. Er hält sich für gestorben und sagt, nee, der alte Olaf ist nicht mehr. Er wird nicht mehr lästern. Er wird nicht mehr neidisch sein. Er wird nicht mehr auf eifersüchtig sein. Er wird nicht mehr aggressiv sein, weil er schon gestorben ist. Aber das ist nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte, aber jetzt zu erkennen, der Christus, der jetzt in mir lebt, der neue Mensch, die Wesenszüge von Gottes Wesen, von Christus, leben jetzt in mir. Und sie sind hineingepflanzt worden durch seinen guten Geist. Und aus dieser Überzeugung darf ich stehen und sagen, ich habe es nicht nötig, eifersüchtig zu sein, sondern es geht mir gut und ich ruhe in mir selber. Ich weiß, das ist sehr verkürzt. Aber was ist der Gedanke von Identität? Jeder von euch, der einmal im Wasser getauft worden ist, hat eine neue Identität bekommen. Das sagt uns der Paulus. Und jetzt ist die Frage, wie lebst du, weil du getauft worden bist? Denn wir taufen euch in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der Befehl, den Jesus gegeben hat. So geht nun hin und machte alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jesus möchte, dass wir wissen, wer wir sind und zu wem wir gehören. Jesus möchte, dass wir wissen, was unsere Identität ist. Er möchte, dass uns bewusst ist, welche Kraft uns geschenkt worden ist. Und wisst ihr, das Schöne ist, als Jesus getauft wurde, er hat sich ja taufen lassen. Das ist schon das große Vorbild, eigentlich schon, obwohl eigentlich er es gar nicht nötig hätte. Alle kamen zu Johannes und wollten sich taufen lassen, weil sie gesündigt haben und Buße getan haben. Und dann kam Jesus zu Johannes und sagt, ich möchte getauft werden. Johannes sagt, nein, nicht ich müsste dich taufen, sondern du müsstest mich taufen. Gute Logik. Aber er sagt, nein, lass es nur sein, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und lebte schon etwas vor ihm voraus, was wir im Nachhinein auch letztendlich symbolisieren. Dass er gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und als Jesus getauft wurde, sagt uns die Bibel, dass wie eine Taube, symbolisch wie eine Taube der Heilige Geist auf ihn kam und eine laute Stimme aus dem Himmel kam und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was ist das? Das ist die Identität. Nicht, dies ist ein guter, harter Arbeiter. Dies ist ein Heiler von Krankheiten. Dies ist, nein, er hat einfach gesagt, er ist mein Sohn. Und in ihm, weil er mein Sohn ist, habe ich wohlgefallen. Das sage ich jedem Teufling, der in das Wasser geht, dass ich sage, Mensch, Gott freut sich über dich. Und jetzt drei Punkte. Was bedeutet das, wenn du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden wirst? Jetzt halte ich fest. Das ist deine Identität. Und aufgrund deiner Identität, ob du es willst oder nicht, vielleicht müsstest du es nochmal überlegen oder nochmal zurückspulen, zu sagen, was habe ich denn da gemacht? Es war eine schöne romantische Formel, das Wasser war schön warm, ich hatte ein weißes Kleid und nachher gab es eine Feier. In unserem breiten Garten ist die Taufe romantisch geworden. In jedem anderen Kulturkreis ist die Taufe Schluss mit dem alten Leben, es fängt was Neues an. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund gibt es richtig Stress. Weil jeder in anderen Kulturen wissen, wenn der ins Wasser geht, ist er für ewig, der Alte ist nicht mehr da. Und das will der Feind unserer Seele, der Teufel verhindern. Ich habe das mit meinen eigenen Augen beobachtet. Dass eine Mutter ihre Tochter verflucht hat, weil sie ins Wasser gegangen ist. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das sind nicht Worte einer Mutter, die das sagen. Es ist eine Überzeugung, die sagt, dieser Mensch, diese Tochter, die jetzt zu Christus gehört, gehört nicht mehr zum alten Leben, wie ich sie haben möchte. Es ist eine Beerdigung. Und letztendlich ist es aufgrund dieser Überzeugung, sagt Paulus, aufgrund der Tatsache, dass ihr getauft worden seid, lebt nun in einer neuen Identität. Was ist die Identität? Wir schauen uns das mal an. Wir sind Familie des Vaters und deswegen lieben wir andere, wie er uns geliebt hat. Wir werden im Namen des Vaters getauft. Und die Bibel sagt, dass der Vater, der Vater einer Familie ist. Nicht nur dein Vater, so nach dem Motto, ich und der Vater. Und ich möchte keine anderen Geschwister, auch wenn sie da sind, möchte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Tut mir leid. Ich sage es meinen Töchtern, ich sage, euer Problem, dass ihr einander habt. Ja, aber ihr habt einander. Ihr seid Geschwister, ob ihr es wollt oder nicht. Das Schöne ist, dass sie sich auch lieben und unterstützen und Klamotten ausleihen und sich gegenseitig schminken und alles drum und dran. Und so, das ist Familie. Aber jetzt sagt die Bibel, du bist im Namen des Vaters getauft und das bedeutet, du hast deine Familie und das bedeutet, dass ein Wesenszug von dir ist, es Menschen zu lieben. Und vor allen Dingen die zu lieben, die zur Familie gehören. Das ist deine Identität. Du sagst, na, will ich nicht. Das ist trotzdem deine Identität. Du bist Teil dieser Familie. Und wenn du wirklich diesen Vater liebst und ehrst und sagst, Vater, ich liebe dich, dann sagt er, jo, ich liebe dich auch. Und die anderen. Das ist ein Teil einer Familie. Und deswegen ist das ganze Verständnis auch von Reich Gottes und von Gemeinde eine Sache von Familie. Gott, Hebräer 2, 10, der, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Familie. Wir sind Familie. We are family. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Nun weiß ich, dass der eine oder andere schon Mühe damit hat, zu sagen, ja, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Da denkt er noch gar nicht an Bruder und Schwester. Aber hey, du bist erstmal sein Kind, seine Tochter und sein Sohn und das ist deine Identität und hey, du bist nicht alleine. Und deswegen werde ich dich immer daran erinnern, dass du Teil einer Familie bist, weil du getauft worden bist im Namen des Vaters von allen. Du bist getauft in dem Namen Jesu. Wer war Jesus? Und was hat das mit uns zu tun? Nummer zwei, wir sind Diener von Jesus, seines Sohnes. Deswegen dienen wir, wie er uns gedient hat. Du sagst, oh, das habe ich gar nicht erwartet. Wisst ihr, dass Jesus König ist? Haben wir vor ein paar Wochen gelernt. Jesus ist Herr, er ist König. Er beansprucht Herrschaft, liebende Herrschaft, gütige Herrschaft über alle Bereiche deines Lebens, meines Lebens. Er ist König. Und wo Könige sind? Ja, ich weiß. Der eine sagt, ja, der König ist mein Vater und deswegen bin ich sein Kind und deswegen bin ich nicht sein Diener. Was hat Jesus getan? Jesus war der König aller Könige. In der Pracht und der Schönheit des Himmels, unangetastet von Sünde und Verfehlung und Stolz und alles Mögliche. Die Bibel sagt, dass er freiwillig, freiwillig diese Herrlichkeit verlassen hat. Ich sag's mal ganz platt, in ein Drecksloch hineingekommen ist. Eine völlig andere Atmosphäre von der Herrlichkeit in eine Atmosphäre, die völlig anders war. Er tauchte hinein in diese Atmosphäre und dann sagt etwas Horrendes. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, um sich bedienen zu lassen, sondern er kam, um zu geben und zu dienen. Du sagst, oh, das wusste ich nicht, als ich getauft wurde. Ja, er ist dein Freund. Ja, er ist dein Bruder. Ja, er ist dein Erlöser. Aber er ist König. Paulus geht sogar, ich habe ja nur das Wort Diener genommen. Paulus geht so weit und sagt noch Sklave. Soll ich das noch benutzen? Nein, lassen wir mal dienen. Und wenn ich mit diesem Jesus verbunden bin und seine Identität es war, nicht bedient zu werden, sondern zu dienen, diese Identität in mir sagt, hey, ich bin nicht hier für mich. Es geht nicht um mich. Gott liebt mich. Gott setzt mich. Gott hat Gutes über mich ausgesprochen. Er ist auch ein Versorger. Ich werde versorgt sein. Aber meine Identität ist, Teil einer Familie zu sein. Und ich bin ein Diener seines Sohnes. Und deswegen dienen wir, wie er uns gedient hat. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das ist unsere Identität. Mit dem Verständnis, mein Blick geht nach links und rechts. Und diese Haltung des Dienstes in meine Familie, in meine Nachbarschaft, in meine Firma. Menschen sind, die Hilfe brauchen, zu dienen. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Ich weiß, ihr seid ganz zurückhaltend gerade jetzt, mit Überzeugung, das auszusprechen. Was bedeutet das? Drittens, wir sind Missionare, erfüllt und ausgerüstet mit Kraft durch denselben Geist, der in Christus war. Und deshalb sind wir auf seine Mission, das Evangelium seines Reiches zu verkündigen. Jesus hat von sich gesagt einmal, oder er sagte zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also wer sich mit Jesus verbindet, der muss wissen, dass das deine Identität ist. Ich meine, du könntest jetzt später gleich noch aussteigen, zu sagen, das ist mir doch ein bisschen zu nach außen gerichtet. Aber so war Jesus. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er sagt, ich schenke euch nicht alleine mit ohne Kraft, sondern ich gebe euch die Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht es da oben, da steht, ihr aber werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Ein Stück weit deiner Identität ist es, ein Mensch zu sein, der von diesem Evangelium zeugt und bezeugt. Das Schönste ist, wenn du es ohne Worte tust. Das heißt, dass du gute Nachricht bist, bevor du neue, gute Nachricht sprechen müsstest. Das heißt, wenn Leute irgendwie mit dir in Berührung kommen, sagen sie, hm, anders. Positiv anders. Nett anders. Angenehm anders. Gütig anders. Aber anders. Weil etwas in dir lebt. Im Alten Testament haben wir zwei Personen, die sowas von anders waren. Man sprach von ihnen, diese haben einen anderen Geist. Josef und Daniel, die in einer ganz heidnischen Umgebung war. Und irgendwas spürte, Pharaon, irgendwas spürte, der Nebukadnezar, wo er sagte, also der ist irgendwie anders. Denkt anders, redet anders, handelt anders, hat ganz anderen Gelingen. Weil der Geist Gottes in ihm wohnte und deswegen lebte er gute Nachricht aus. Verstehe dich als ein Gesandter von Jesus. Das ist unsere Identität. Und wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach. Wenn wir das Wort überhaupt wagen, in den Mund zu nehmen. Wir folgen Jesus nach. Gehört es damit. Wir haben einen Vater und der hat eine Familie. Wir sind Teil der Familie und die Familie gehört zu uns. Und ich gehöre zur Familie. Und das Zweite ist, wir folgen diesem Jesus nach, wo die Apostelgeschichte immer wieder sagt, und Jesus ging hin und her und tat Gutes allen Menschen. Du sagst, oh nee. Hey, wenn du weißt, wer du bist, wird es möglich sein. Du wirst einfach Gutes tun. Du musst die Türen aufmachen, die Fenster aufmachen. Du musst auf dieser Identität stehen. Wer bist du? Wer bist du? Wie stehst du auf? Wie stehst du auf morgens? Mit welcher Gesinnung? Die Welt ist dein Feind und du musst ihn überwinden. Alle wollen was von mir. Du kannst aufstehen. Zu sagen, Jesus, ich weiß, wer ich bin in dir. Du lebst in mir. Ich ziehe dich heute Morgen an. Das ist ein Bild für die Taufe. In der Taufe habt ihr Christus angezogen. Ihr habt das Alte abgelegt und ihr zieht das Neue an. Ziehen Jesus an. Wissen, wer wir sind. Und aus dieser Identität wissen wir, wir sind Teil dieser wunderbaren Familie. Deswegen können wir lieben. Die Lobpreisgruppe kommt jetzt nach vorne. Macht sich bereit. und 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 und